Hallo meine Zuschauer und Willkommen zu einem Plätze-Klein-Zwischenvideo von unserem kleinen Park, wie ihr ihn mir kennt. Ja, ich habe hier noch ein paar mehr Fahrgeschäfte hinzugefügt, wie ihr seht. Und hier vorne bei unserem Achterbahn, die wir jetzt im Park gebaut haben, seht ihr, wie man ein bisschen dekoriert. Geistern ist nur umgezogen und allgemein hier noch einen kleinen Stall hingebaut, wo dann Tiere und zwei Gazellen hier ein bisschen rumlaufen, einfach um die Welt jetzt einmal ein bisschen schöner zu machen. Ja, ihr könnt euch auf jeden Fall auch morgen freuen, denn da kommt der dritte Part. Und ja, das war's dann eigentlich auch schon. Ich finde, dass ihr euch kurz Zeit genommen habt, um hier reinzuschauen. Macht's gut. Und ciao. Oh ja, wird Gamer.